Also eins will ich ja mal sagen, so auch an die Politik gerichtet, nicht das Geld für Waffen ausgeben, sondern für die Forschung, für Alternativenergie. Wir wollen auch zusehen, dass auch noch unsere Kinder irgendwann mal später im Grün spielen können und deren Kindern und deren Kindern, dass wir auf jeden Fall sagen können, wir haben irgendwann mal immer noch grüne Bäume, ja?